Endaren Etishan, grauer Wächter. Unsere Speer haben euch kommen sehen und mir berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Ah, Dagon! Er ist verwundet, aber ich glaube, er wird überleben. Masi Runners, vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lethalin, bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten. Vielen Dank.